...einen Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldneile. Kannst du auch einen Channel einschalten? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt! Ja, wahrscheinlich durch sie. Wir können ihnen nicht trauen. Was machen die denn jetzt? Jetzt kommen die irgendeine Typen hier. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun sie da? Das stimmt. Nein! Ich leere das! Nein! Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara! Halt mal die Klappe jetzt! Du, was sie sagen! Ich bin hier gerade auf Story und ich läuft gerade Video und ich rede es einfach. Idee! Stimmt! Mach's la! Tücher! Oh mein... Lara! Was ist denn zu machen? Rutschig! Wir wussten wieder jetzt wie wir wussten. Ich bin sowieso gerade nur Musiker. Ach, ruhig dich! Ach, ruhig dich! Gott! Mann, die arme Narraus wieder da hin. Ach, 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 bravo, Rhythmus! Das ist mit Pfeil und Bogen oder Weg, na so ein Scheiß. Kommt der wieder hoch? Ich weiß nicht. Hey, einer sitzt in der Falle. Okay, oben hier im Recht. Ausgaben! Da ist sie! Verdammt! Oh verdammt! Schießen die auch noch nicht. Was sollte das denn jetzt gehen? Ach, da die Scheiße. Ach, da muss mit Schnelligkeit gemacht werden. Höchstwahrscheinlich, das geht so einfach nicht. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen für Lenkheit arbeiten hier. Wenn der weg ist, muss ich dann versuchen, da hinten irgendwie... Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Was siehst du? Äh, nichts. Hier ist alles klar. Ich muss schon in die Bücke da schnell rein. Wow! Wow! Ich guckle! Such die Ruinen, Alter. Die Atmen doch viel zu lauter für uns. Oh, da hat sie mich wieder. Ja. Oh, scheiße. Warte. Uah, toll. Ah, das schmeckt eigentlich noch kein Button zu machen, ey. Ich weiß doch vorher nicht, was ich drücken soll, ey. Das ist doch vorher der Beschiss. Ey, du! Jetzt weiß es ja. Du musst ja eigentlich für mich zweimal einfach was sagen. Du musst ja echt so scheiße schnell reagieren, ey. Wie soll ich denn drücken, Mann? Was ist denn das? Oh, das ist gerade voll scheiße hier. Man muss andauernd dieselbe Taste drücken. Man weiß aber vorher nicht, was für eine Taste drücken muss. Hey, du! Verkackt dich, Mann! Du musst ja eigentlich mit dem ersten Mal, aber beim zweiten und dritten. Mann! 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 Sack! Mann! 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 Gut, geschossen hab ich ihn nicht, alter Echser. Hat er jetzt da vorne, alter Hund. Sieht aber ganz schön mitgenommen aus. Aber der wird tief. Er. UNTERTITELUNG Dann geht er nach oben und dann geht er nach unten. Dann geht er ganz schnell durch. Jetzt sieht er mich auch nicht schön. Wen sollte er denn hier jetzt erledigen? Ich hab mir nicht mal... Oh nein. Nicht mal ein Bruder. Oh, da hat jemand das weiß ich nicht gut drauf. Da ist noch eine. Die ist dahinter. Ist sie tot? Keine Ahnung. Auf seiner, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das gut haben wir schon mal. Wow. Okay. Hier brennt die ganze Bude wieder. Komm ins denn. Du mal eine Brannung. Ich darf nicht. Du schaffst. Du schaffst sie. Füße sie. Füße sie raus. Du werf dein Rest. Du werf. Warum? 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 Halt doch runter, bevor ich glaube, dass wir nicht auf einen Fatal gegenst. Ist denn besonders gut gegangen? Was meinst du? Bist du wahrscheinlich schon? Faf. weiter mit anderen händen hey sind wir unten noch mehr schützend Bogen gehen wir den Hauptbus auszuschalten ok das war wohl noch Leute bei rumkummeln mal stark an ich kann ja mal sehen was er dabei hat Geldbörse kaputtes Handy immer dasselbe was war es denn wieder ein Tanker nein sah eher aus wie ein Forschungsschiff bleibt gut wir werden es bald wissen eine Crew schleppt es gerade rein was ist da unten los alles in Ordnung hier lautlos und effizient lautlos und effizient so wie ich es haben wollte zack zwei zack zack hat mir jemand ja schon praktischerweise in der Leidung gebracht ja bei den alten Ruinen steigt auch auf bist du okay ja ich habe hier echt ein Problem sie bringen Leute um Männer ich weiß nicht warum ich musste einige töten ich hatte keine Wahl das war sicher nicht das war sicher nicht leicht es war sogar erschreckend leicht du musst die anderen warm mach dir jetzt keine Sorgen um sie tu was nötig ist um zu mir zu kommen ich versuch's was zahlen irgendwelche koordinaten wollte jemand dass es gefunden wird was das das da Wir wollen ja hier weiterbleiben, also. Kann ich hier nicht auch speichern, oder? Mehr Schaden hört sich doch immer gut an. So, wir müssen das Material noch sammeln, und dann können wir das hier auch... Schön, weil wir kommen hier ja speichern. Nee, kann man das einfach mal einfach so... Warte mal, hab ich noch Material gefunden, das ist cool. Das reicht, das ist nicht gut. Wenn wir uns... Ja, ich achte halt ein bisschen auf alles. Ich habe einen Traumereiter-Titel, das ich überall... ...gucken muss. Und wenn man irgendwo nicht guckt, dann hat man halt die. Ein bisschen... Äh... Was ist sonst? Was ist denn auch eine Stelle? Ich glaube, ich bin auch freundlich. Ich bin schon da gekommen, das ist grad gar nicht. Da hab ich doch noch was bei uns bekommen. Heißt es prinzipiell... ...wo diese Stellen sind. Was ist denn hier? Hier gibt's auch noch was für den Kunden. Das ist wirklich wichtig. Hier gibt's noch einen Kompass. Oh... Komplette Karte. Das ist doch geil. So, die komplette Karte. Ich weiß. Hier gibt's noch einen Kompass. Komplette Karte. Hier ist ja schon... ...spielfolge durch. Ich kann noch mal her als coolen. Ich verrate euch hier natürlich schon wieder daheim, dass ich nichts mehr viel habe. Aber... ...da müsst ihr halt durch. Wenn ich das Spiel spiele, dann bin ich auch nicht mehr. Das ist schon so. Geht nochmal runter. Ich weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja... Ja... Feuer erfolgen. Ich weiß nicht. Es ist Feuer dabei. Bitte fragen. Nichts zu gehen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie kann man das denn hier umwerfen, das Feuer? Kann man nicht mit Scheißen. Ja, bis alle noch reinkommen. So dass das Feuer ausgeht, das ist das Wichtigste. Ich muss da in die Hochgehen, oder? Jetzt ist der Wasserfall. Dann können wir den Wasserfall später auch noch deaktivieren. Also deaktivieren soll ich schon irgendwie ausschalten. Das ist jetzt vielleicht unmöglich, aber es ist später in der gegebene Zeitung bestimmt. Der Westenstrand hat sich gerade gemeldet. Eine kleine Richtung muss in den unteren Wald entkommen. Vielleicht gibts da eine kleine, ja? Nein, Vater Matthias erledigt das selbst. Wir sollen uns raushalten. Was? Warum? Weiß nicht, vielleicht noch einen mehr... Mist, ich brauche Hilfe! Warum tut ihr das? Das macht für mich, Outsider. Ja!